Deshalb, es gibt nicht, dass jemand sagt, wenn man kein Zakat gibt, dann ist man kein Muslim. Weil der Prophet s.a.w. sagte, wenn ein Muslim sein Zakat nicht ausgibt, dann sollte der Imam der Muslime die Hälfte von seinem Vermögen beschlagnahmen. Und Zakat dazu. Wenn er kein Muslim gewesen wäre, dann hätte der Prophet s.a.w. gesagt, er ist kein Muslim. Und übrigens, dass Abu Bakr r.a.w. gegen die Leute gekämpft hat, die kein Zakat ausgegeben haben, das war nicht, weil sie alle Kuffar geworden sind. Nein, einige waren Kuffar geworden, aber nicht alle.